Zwei junge Brüder im Alter von zehn und zwölf Jahren kamen mit zwei 50-Euro-Scheinen nach Hause. Ihre Mutter bemerkt das und fragt, wo habt ihr Jungs all das Geld her? Nun, sagt der Zehnjährige, wir standen vor dem Bordell, als ein alter Kerl herauskam. Wir haben ihm gesagt, dass wir wissen, wo er gewesen ist. Also hat er uns 50 Euro gegeben und uns gebeten, es niemandem zu erzählen. Dann sind wir dem Mann gefolgt, fügt der andere Junge hinzu. Und als er zu seinem Haus kam, haben wir ihm gesagt, dass wir jetzt wissen, wo er wohnt. Dann hat er uns weitere 50 Euro gegeben und uns angefleht, nichts zu verraten. Das ist wirklich ein schlimmes Verhalten, schimpft die Mutter. Ihr Jungs solltet euch schämen, dieser arme alte Mann. Ich möchte, dass ihr beide in die Kirche geht und beichtet. Die Jungs tun, was ihre Mutter verlangt, und gehen in die Kirche, um zu beichten. Eine Weile später kehren sie mit weiteren 100 Euro nach Hause zurück. Die Mutter fragt, nun, wo habt ihr Jungs noch mehr Geld her? Ich habe euch gesagt, dass das, was ihr tut, falsch ist. Habt ihr nicht die Kirche besucht und gebeichtet, wie ich es euch gesagt habe? Einer der Jungs antwortet, ja, haben wir. Aber jetzt wissen wir auch, wo er arbeitet.